Regelmäßige Saunagänge wirken auf vielen Ebenen sowohl förderlich für die allgemeine Gesundheit als auch präventiv gegen diverse Zivilisationskrankheiten. Dazu hat eine finnische Langzeitstudie mit über 2000 Probanden gezeigt, dass zwar auch schon eine Frequenz von einem Saunabesuch die Woche eine Wirkung erzielt, die Wirkung aber dem Trend zu folgen scheint, je mehr Saunagänge, desto größer die Schutzwirkung. Die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen war nämlich bei den Probanden, die 2-3 Mal die Woche sauniert haben, um 27% und bei Probanden, die sogar 4-7 Mal in der Woche die Sauna besucht haben, sogar um 50% geringer als bei den Teilnehmern, die nur einmal die Woche in die Sauna gegangen sind. Die Schutzwirkung der Saunagänge war hierbei unabhängig von den bestehenden kardiovaskulären Risikofaktoren der Teilnehmer, wie zum Beispiel das Rauchen, geringe körperliche Aktivität oder erhöhte LDL-Cholesterin-Werte. Deren Einfluss hat man nämlich herausgerechnet. Auch die unspezifische Gesamtmortalität, also die generelle Sterblichkeit, war bei den Teilnehmern, die 4-7 Mal in der Woche in die Sauna gegangen sind, deutlich geringer. Nämlich um 40% gegenüber den Teilnehmern, die nur einmal die Woche in die Sauna gegangen sind. Die Zahlen sind ganz schön eindrucksvoll, aber auch verwunderlich, wenn man sich vor Augen führt, dass Saunaaufenthalte für uns zwar entspannend sind, aber eigentlich puren Stress für den Körper darstellen. Denn immer wenn die Umgebungstemperatur zu stark von der thermoneutralen Zone abweicht, sind gleichwarme Tiere und so eben auch der Mensch gezwungen, regulierende Maßnahmen wie zum Beispiel Schwitzen oder eine Vasodilatation, eine Erweiterung der Blutgefäße zu ergreifen, um die Körperkerntemperatur konstant zu halten. Das bedeutet also, Saunagänge stellen eine Belastung für unseren Körper dar, sind aber, richtig eingesetzt, wie wir gerade gesehen haben, trotzdem sehr gesund. Dabei ist aber nicht die Hitze selbst gesund, sondern die Reaktion unseres Körpers auf den erzeugten Hitzestress. Grundlage hierfür ist das sogenannte Hormesis-Prinzip. Das Prinzip besagt, dass geringe Dosen eigentlich schädlicher Stressoren eine gesundheitsfördernde Wirkung haben können, weil sie die Widerstandskraft des Körpers stärken. Allein die Dosis der Belastung entscheidet darüber, ob es zu einer irreversiblen Schädigung oder zu einer gesundheitsfördernden Anpassungsreaktion kommt. Ein anschauliches Beispiel für das Hormesis-Prinzip ist der Muskelaufbau. Das Krafttraining selbst verursacht kleine Verletzungen in der Muskulatur. Diese Verletzungen sind aber nicht schädlich, sondern führen zu einer überkompensierenden Anpassungsreaktion des Körpers. Das bedeutet, der Körper repariert nicht nur den entstandenen Schaden, sondern baut neue Muskulatur auf, um auf einen erneuten Reiz besser vorbereitet zu sein. Solche Anpassungsreaktionen finden aber nicht nur beim Krafttraining statt, wo es offensichtlich ist, weil der Muskel wächst, sondern auch bei Saunagängen bzw. bei Hitzestress. Unsere Blutgefäße werden zum Beispiel trainiert. Die Funktion des Endothels wird verbessert. Das Blutplasma-Volumen erhöht sich. Die Zahl der roten Blutkörperchen erhöht sich. Das Immunsystem wird effektiver. Und der Säureschutzmantel der Haut wird gestärkt. Um mal nur ein paar Beispiele zu nennen. Eine weitere Anpassungsreaktion auf molekularer Ebene, bei der man davon ausgeht, dass sie stark zur Gesundheitswirkung der Sauna beiträgt, ist die Ausschüttung sogenannter Hitzeschock-Proteine. Auf die Rolle dieser Hitzeschock-Proteine im Rahmen der Hitzeschock-Antwort unseres Körpers sowie ihrer Gesundheitswirkung möchte ich heute eingehen. Dafür müssen wir aber etwas ausholen. Die meisten werden aus dem Biologieunterricht aus der Schule noch wissen, dass Proteine aus Aminosäuren bestehen. Genau genommen aus mindestens 100 davon. Diese Aminosäuren nehmen verschiedene Strukturen an, die wiederum in verschiedene Strukturebenen gegliedert sind. Die sogenannte Primärstruktur beschreibt die Aminosäuresequenz, also die Abfolge der einzelnen Aminosäuren innerhalb der Kette. Die nächsthöhere Strukturebene ist die Sekundärstruktur. Sie bezieht sich auf die räumliche Struktur eines lokalen Bereichs im Protein. Deshalb enthält jedes Protein auch mehrere Sekundärstrukturelemente. Mithilfe der Tertiärstruktur wird die räumliche Struktur der ganzen Aminosäurekette beschrieben. Und dann gibt es als höchste Strukturebene noch die Quaterstruktur. Sie liegt vor, wenn sich mehrere Proteine zu einem Komplex zusammenlagern und beschreibt die räumliche Struktur dieses Komplexes. Die Struktur eines Proteins ist enorm wichtig für dessen Funktion. Eine nur leicht fehlerhafte Proteinstruktur kann dazu führen, dass das Protein seine Aufgabe nicht mehr erfüllen kann und damit unbrauchbar wird. Deshalb hat es für unseren Körper höchste Priorität, dass die Proteine zum einen im Rahmen ihrer Bildung die korrekte Faltung annehmen und zum anderen diese nachträglich nicht verlieren. Damit Proteine ihre korrekte Faltung annehmen, gibt es eine spezielle Gruppe von Aufsichtsproteinen, die sogenannten Chaperone. Der Begriff bedeutet im Englischen so viel wie Anstandsdarm. Und das trifft es auch schon ganz gut. Im ungefalteten Zustand sind die Proteine nämlich sehr reaktionsfreudig und neigen dazu, zu verklumpen und funktionsunfähige Proteinaggregate zu bilden. Gerade das verhindern die Chaperone, indem sie die ungefalteten Proteine voneinander abschirmen, sodass diese die korrekte Faltung annehmen können. Chaperone sind somit äußerst wichtig für die korrekte Faltung und Reifung der Proteine. Sobald das geschehen ist, ist es natürlich genauso wichtig, dass die Proteine ihre physiologische Struktur auch beibehalten. Davon ausgenommen sind natürlich gewollte Strukturveränderungen, zum Beispiel im Rahmen von Konformationsänderungen, damit Proteine enzymatisch aktiv werden können. Zur ungewollten Strukturänderung kommt es gerade dann, wenn die Zelle unter Stress steht. An der Stelle können wir den Bogen zu Saunagängen bzw. zum Hitzestress schlagen. Denn Hitze ist ein wesentlicher Stressfaktor für unsere Zellen, der zu einer irreversiblen Denaturierung, also zu einer Strukturveränderung von Proteinen führen kann. Unter solchen Bedingungen reichen die normalen Chaperone nicht aus, um die Proteine zu schützen. Deshalb werden spezielle stressinduzierte Chaperone, die sogenannten Hitzeschockproteine, gebildet. Reguliert wird die Ausschüttung der Hitzeschockproteine durch den Transkriptionsfaktor HSF1. In ungestressten Zellen liegt HSF1 inaktiv sowohl im Zytoplasma als auch im Zellkern vor. Es ist dabei in einem Molekülkomplex unter anderem an Hsp90, ein Hitzeschockprotein, gebunden. Wenn dann Stress auftritt, wird Hsp90 aufgrund des Vorhandenseins denaturierter Proteine freigesetzt. Dadurch kann sich HSF1 aus dem inaktiven Komplex lösen. Es wandert dann in den Zellkern und bindet sich an eine spezifische DNA-Sequenz namens HSE, Heat Shock Element. Dadurch kommt es zur Transkription und schließlich zur Bildung der besagten Hitzeschockproteine. Interessant ist dabei, dass man eben davon ausgeht, dass Hitzeschockproteine nicht durch den Hitzereiz selbst getriggert werden, sondern durch dessen Folgen. Denn erst wenn bereits Schäden an Proteinen vorliegen, löst sich Hsp90 aus dem Molekülkomplex, sodass HSF1 in den Zellkern wandern und dort die Bildung der Hitzeschockproteine induzieren kann. Das mag zunächst etwas suboptimal erscheinen, hat aber den Vorteil, dass nicht bei jedem harmlosen Temperaturausreißer die Notfallmaschinerie aktiviert wird und dass auch andere proteinschädigende Stressoren erkannt werden. Das ist sowieso an der Stelle wichtig zu erwähnen. Auch wenn sie so heißen, werden Hitzeschockproteine nicht nur bei Hitze stimuliert, sondern bei verschiedenen zellulären Stressoren, wie zum Beispiel einer Hypoxie, also Sauerstoffmangel, oxidativem Stress, UV-Bestrahlung oder körperlicher Aktivität. Deshalb wäre Proteinschutzreaktion beziehungsweise Proteinschutzproteine eine bessere Bezeichnung. Hitzeschockproteine heißen nur so, weil sie in Bezug auf Hitzestress erstmalig entdeckt wurden. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie die Hitzeschockproteine genau wirken. Hier sehen wir als erstes, wie die Bildung von Hitzeschockproteinen reguliert wird, wie ich es gerade auch schon erwähnt habe. Zellulärer Stress sorgt dafür, dass HSF1 aktiviert wird und sich aus dem Molekülkomplex lösen kann. Es wandert in den Zellkern, bindet sich an die DNA und induziert so die Transkription und Translation der Hitzeschockproteine. Welche Aufgabe die Hitzeschockproteine dann übernehmen, hängt davon ab, an welche Proteine sie sich binden. Zum einen binden sie sich, genau wie die nicht stressinduzierten Schaperone, an ungefaltete Proteine, die in der Stresssituation gebildet werden und sorgen dafür, dass diese ihre korrekte Faltung annehmen. Bereits gefaltete Proteine werden durch die Hitzeschockproteine stabilisiert. Es wird verhindert, dass die Proteine durch den vorliegenden Stressfaktor, wie zum Beispiel Hitze, geschädigt werden. Es gibt aber natürlich auch Proteine, die bereits durch den Stressfaktor geschädigt wurden. Bis zu einem gewissen Grad sind die Hitzeschockproteine in der Lage, die denaturierten Proteine zu reparieren, indem sie sie in ihre ursprüngliche Struktur zurückfalten. Sofern die entstandenen Schäden aber zu groß sind und das Protein quasi nicht mehr zu retten ist, ist es erforderlich, dass es abgebaut wird, damit es sich nicht in der Zelle anhäuft. Man geht davon aus, dass die Hitzeschockproteine sehr gut in der Lage sind, festzustellen, welche Proteine noch repariert werden können und welche abgebaut werden müssen. Der Abbau wird als intrazelluläre Proteolyse bezeichnet. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten, die beide von den Hitzeschockproteinen angeregt werden. Zum einen werden die abzubauenden Proteine direkt in die Lysosomen der Zelle transportiert. Durch die Lysosomen werden sie dann mit Hilfe von Enzymen aufgelöst. Man spricht dabei von der Chaperone vermittelten Autophagie. Die andere Möglichkeit ist der Abbau über sogenannte Proteasomen. Hier liefern die Chaperone auf ähnlichem Wege die falsch gefalteten Proteine, damit der Abbau durch die Proteasomen erfolgen kann. Auf diesen Wegen sind Hitzeschockproteine in der Lage, lebenswichtige Proteine in allen Stadien zu schützen bzw. entscheidend zu intervenieren. Sowohl bei ungefalteten als auch bei intakten und bereits beschädigten Proteinen. Daran sehen wir, dass die Hitze in der richtigen Dosierung unserem Körper eben nicht schadet, sondern im Gegenteil die zelluläre Widerstandsfähigkeit fördert. Und das nicht nur in der akuten Stresssituation, sondern auch für die Zukunft. Unser Körper ist nämlich vorausschauend und reagiert so, dass er beim nächsten Mal noch besser mit dem Stressor umgehen kann. Bedeutet konkret, dass Proteine nicht nur in der akuten Stresssituation stabilisiert werden, sondern auch noch nach der Stresssituation gestärkt bleiben, sodass weniger Proteinschäden entstehen. Auch die Reparatur und der Abbau beschädigter Proteine erfolgt überkompensiert, sodass auch beschädigte Proteine repariert bzw. abgebaut werden, die schon vor der Stresssituation beschädigt waren, ohne den Stressreiz aber gar nicht aufgefallen werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich bei regelmäßiger Exposition gegenüber mildem Hitzestress die Akkumulation geschädigter Proteine langfristig verringern kann. Was sehr wertvoll ist, weil die zelluläre Qualitätskontrolle die Proteinschäden aufdecken und verhindern soll, mit höherem Lebensalter immer häufiger versagt, wodurch es zur Ansammlung von immer mehr falsch gefalteten Proteinen kommt. Man muss aber auch sagen, dass noch viel Forschungsbedarf zur genauen Wirkungsweise und Anregung der verschiedenen Hitzestrack-Proteine besteht. Mir ist es an der Stelle nur wichtig, den einen oder anderen zu regelmäßigen Saunagängen zu motivieren, denn neben den Hitzestrack-Proteinen gibt es noch viele weitere Faktoren, die zur präventiven und gesundheitsfördernden Wirkung der Sauna beitragen. Für mich ist die Ausschüttung von Hitzestrack-Proteinen ein weiteres Indiz dafür, dass es eben nicht der beste Weg ist, den Körper zu schonen und die richtige Belastung zu vermeiden, vor allem wenn es darum geht, den Alterungsprozess zu verlangsamen. Unser Körper benötigt regelmäßige Stressreize auf verschiedenen Ebenen, um lange stark und widerstandsfähig zu bleiben. Genau wie unsere Muskulatur, die regelmäßig beansprucht werden muss, damit sie nicht atrophiert. Und dazu zählt eben genauso milder Hitzestress im Rahmen von Saunagängen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, du konntest heute einiges für dich mitnehmen. Wenn das der Fall ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein Abo und einen Daumen nach oben da lässt. Ansonsten danke ich dir fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.